Herzlich willkommen beim Meister des Alltags. Schön, dass Sie mit dabei sind. Normalerweise sind wir um die Jahreszeit eher in der Kritik, wie es weitergeht mit dem DFB und der FIFA. So hört sich das bei uns in der Stadthalle an. Das sagt unser erster Gast des heutigen Amts. Dirk Steffens. Dirk, heute Abend große Premiere. Sie ist aus aufgeregt. Jetzt habe ich auch noch einen sehr erfolgreichen Bogenschützen gefunden. Robin Dutt von Mike Hanke. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen und herzlich willkommen zu den letzten Wochenbildkurs 2018. Wir gehen jetzt gemeinsam zum nächsten Ziel und zwar auf den Büffel. Und da wird der Erwin uns gleich mal erklären, was da so besonders reizvoll ist an dem Exemplar. Herr Jung, Sie behandeln seit über 20 Jahren mittlerweile vier verschiedene Patienten. Warum warten wir eigentlich so oft, bis der Tiefpunkt erreicht ist? Also wir haben keine Schauspieler oder Schminke oder so, sondern es geht wirklich darum, Abenteuer zu erzählen, Charaktere vorzustellen. Herr Mayer, Sie haben gerade laut und deutlich gelacht. Wie geht es Ihnen denn mit Ihrer Parkplatzsuche? Wir erfahren Sie in einer Stunde und damit zurück ins Studio. Vielen Dank, Herr Dr. Jung, bis hierher. Also wir halten fest, es braucht nicht immer einen Tiefpunkt, um neu anzufangen. Manchmal reicht auch einfach der Mut zur Veränderung. Ich freue mich aufs nächste Jahr.